Kurt Lilien, gebürtig Kurt Lilienthal, war ein deutscher Schauspieler. Leben Lilien begann seine Laufbahn 20-jährig am Berliner Intimen Theater. Seine weiteren Bühnenstationen waren das Stadttheater Wesel, das Berliner Vd-Willer Ensemble und das Neue Operettentheater in Leipzig. 1908 bis 1920 wirkte er am Karl-Schulze-Theater in Hamburg. Anschließend war er wieder in Berlin tätig. Lilien war in den 1920er Jahren ein populärer Operetten- und Revue-Star, besonders in den Revuen von Hermann Haller. Als schwergewichtiger Charakterdarsteller trat er seit 1919 in Nebenrollen auch im Film auf. Bis 1933 war Lilien in zahlreichen Stumm- und Tonfilmen zu sehen, oft in der Rolle unsympathischer Spießer und Neureicher. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten 1933 konnte er wegen seiner jüdischen Herkunft in Deutschland nicht mehr arbeiten und floh in die Niederlande. Dort fand er eine Beschäftigung bei dem gleichfalls emigrierten Rudolf Nelson. Nach dem deutschen Einmarsch im Mai 1940 wurde er ins Durchgangslager Westerbork verschleppt und 1943 in das Vernichtungslager Sobibor deportiert, wo er wie faktisch alle Häftlinge durch die »Himmelsstraße« direkt in die Gaskammer getrieben wurde und starb. »Himmelsstraße« direkt in die Gaskammer getrieben » »Himmelsstraße« direkt in die Gaskammer getrieben » »Himmelsstraße« direkt in die Gaskammer getrieben »